Wir haben ja jetzt gesehen, dass es seit einer Woche, wissen wir, dass es nicht nur diesen Bildungsplan gibt, der die Genderideologie in die Schulen hineintragen will, sondern auch den Aktionsplan der Landesregierung und dessen Maßnahmenkatalog ja nun bekannt geworden ist und anhand dessen wir erkennen können, dass diese Ideologie des Gender, Mainstreaming und der sexuellen Vielfalt gewissermaßen als Pflichtprogramm jetzt in sämtliche Strukturen des Landes Baden-Württemberg hineingebracht werden soll, wie gesagt verpflichtend. Und das Ganze soll natürlich, das sagt das Sozialministerium, glaube ich auch selbst auf seiner Webseite, ein Vorreiterprojekt für ganz Deutschland sein. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir hier ein klares Nein sagen zu solcher Indoktrinierung. Das sagen wir für ganz Deutschland. Vielen Dank.